Und damit herzlich willkommen zurück zu Outland. Ich habe versprochen, hier das Ganze mal neu angefangen, diesen Level, weil da ja letztes Mal doch nicht so viel passiert ist. Und ich glaube, dieses Herz spare ich mir lieber mal auf. Da komme ich leider auch nicht durch. Komme ich da durch? Nein, schade, das ist ja fies, dass ich da dahinter schauen kann, aber nicht rankomme. Auch hier nicht. Menö, ich fühle mich veräppelt. Nun denn? Da geht es auf jeden Fall... Moment, ach, das ist kein Hintergrund. Aha, ich dachte, diese Plattform wäre Hintergrund. Die Frage ist nur... Ja, hier geht es definitiv nicht weiter. Das heißt, ich will... Ach, guck mal, jetzt bin ich hier. Ja, wie praktisch. Das trifft sich ja gut. Komme ich da rüber? Komme ich da vielleicht rein? Ist das so hier durch? Nö, auch nicht. Und nun denn? Wollen wir doch mal schauen, was hier so in der Unendlichkeit, in der Eternity an den Küsten der Zeit... Was da so auf mich wartet? Kann ich hier rüber? Tatsächlich kann ich da hoch, so wie es aussieht. Ah, guck mal. 29 erst von 42. Da fehlen mir ja noch einige. Habe ich da irgendwie welche nicht gegriffen oder was ist hier los? Was? Ich wechsle dir einfach die Farbe. Ich fühle mich verarscht. Na komm. Menü. Nein. Ah, ich glaube, das ist der Hintergrund, oder? Der Hintergrund flackert gelegentlich, genau. Und zu dem Moment scheint es mir, hat die Spinne ihre Farbe gewechselt. So, wo war denn dieses Herz? War das hier ganz unten? Ja, natürlich war es ganz unten. Ah, ja, klar. Naja, aber ich weiß, dass ich hier muss. Das heißt, es geht jetzt relativ schnell. Ich überlege mir gerade, wenn ich das selber wäre, der da so rumhüpft und rumklettert. Ich glaube, da hätte ich ganz schön üblen Muskelkater. Na, mach ich mal einen Tag. Ups, da hätte ich springen sollen. Egal, gut, habe ich verkackt. Dann halt eben nicht. Da kann ich wiederum rüber. Hoch. Nein. Was? Geh mal weg. Hey, ein Herz. Noch ein Herz. Guck mal. Als wäre es gewollt. Nein. Das war zu knapp. So ist es gut. Und siehst du, da bin ich wieder voll geheilt. Wer sagt es denn? So, aber ich habe das Gefühl, ich habe hier links dann doch einiges verpasst. Deswegen würde ich hier gerne mal nochmal einen Lick hinwerfen. Und vor allem will ich tatsächlich auch hier rufen. Geh mal weg. Kann ich das jetzt rüber drehen und die anderen auch noch treffen? Nein, natürlich nicht. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch uncool. Oh Mann. Das finde ich nicht gut. Wenn ich schieße, kann ich ja mit dem Steuerkreuz, den Pfeiltasten, den Strahl lenken. Aber sobald dann das Schießen aufhört. Naja, interpretiert das Spiel, das wir da als laufen. Das ist halt irgendwie... Au. Nicht so cool, dass man da dann plötzlich losläuft, ne? Und so. Alter. Ich habe doch... Warte mal. Ich habe doch hier den da. Das trifft euch nicht? Ich dachte, das macht Schaden. Das war ja so klar. Weißt du? Da warte ich extra den Farbwechsel ab. Andererseits, warum eigentlich? Warum warte ich den Farbwechsel ab? Weil letzten Endes ist ja egal. Also wenn ich drauf haue, tut es ja nicht weh mit der gleichen Farbe, ne? Na? Ist das ein Stachel? Okay, geht es hier oben also weiter? Hätte ich vielleicht doch mal unten schauen sollen, was da so ist. Na ja, schauen wir mal. Vielleicht muss ich ja doch noch hin. Moment. Sowas erkenne ich doch. Was ist das hier? Okay, schade. Das zahlt nur so aus, also. So. Wow. Geht mal alle weg. Alle zwei. Okay. Und dann bin ich doch mal gespannt, was es hier so tolles gibt. Äh, jedenfalls. Ganz viel Geld. So viel ist sicher. Ich hoffe mal, es gibt hier... Oh mein Gott, war das knapp. Ich hoffe mal, es gibt hier noch... ...die ein oder andere... ...was... ...möglichkeit... ...für Geld... ...Läden und Energie und so zu kaufen. Wollen wir nicht? Autsch. Wäre das so ziemlich blöd. Sag mal, was mache ich denn hier? Au! Au! Was zur Hölle? Ey, ernsthaft? Oh Mann, was ist das denn? Das ist ja fieses Timing. Aber so richtig übel. War ich jetzt da oben? Ich glaube nicht, ne? Weil der Trickpoint ja noch nicht... ...danach wieder war. Dann gehe ich da mal eben hoch. Ja, das wechseln die natürlich genau in dem Moment die Farbe. Das ist schon ein bisschen fies. Dass die hier plötzlich so die Farbe wechseln. Muss ich ja mal sagen. Bleib mal da. Ich dachte mir, vielleicht hat er ja ein Herzchen dabei. Aber nö, hat er nicht. So. Bin ich wieder hier unten? Ich weiß jetzt... ...der hier... ...das Böse. So hinfort mit dir. Genau. Da bin ich einfach mal gnadenlos. Oh mein Gott, ist das viel Geld? Yeah. Autsch. Das war dumm. So. Wie komme ich da hoch? Einfach so... Hä? War das aber vorher ein Timing-Problem? Vorhin hat das nämlich nicht gepasst. Mit den... ...bei übereinanderliegenden... ...Dingern. Strahlen. Wie auch immer. Ach was. Ah, wenn ich mich darin... ...nach unten schießen lasse. Das ist genau das gleiche, wenn ich einfach... ...so runter... ...stompe. Komm mal her. Ja. Das ist schon irgendwie fies. Dieses Farbwechselding. Au. Das ist so einer. Wow. Münze. Die großen will ich doch. Autsch. Könnte ich ja bitte die Farbe wechseln. Dankeschön. So ist nämlich besser. Das Fiese ist halt nur, dass die Spille mich jetzt echt... ...übers getroffen hat. Aber egal. Ich räche mich. Ups. Wie großartig. Will ich hoch oder will ich runter? Ähm. Ich will runter. So. Einer weniger. Noch mal einer weniger. Eins, zwei... Hey. Drei. Ah. Ah. Siehste mal. Ja. Das nehme ich gerne. Vor allem auch, weil meine Energie dann wieder voll wird dadurch. Hatte ich mich ja gerade vorhin noch gefragt, ob sowas hier noch gibt. Aber ja, tatsächlich. Wie ihr seht. Sowas gibt es hier. So, will ich da nochmal hoch. Äh. Puh. Nur um da runter zu gehen. In die Lücke. Eigentlich. Wow. Wie bitte? Oh mein Gott. Geh mal weg. Ich mag dich nicht. Yikes. Hey, das lief doch super. Oh Mann. Ich werde das Ganze mal nachstellen. Und dann sehen wir uns wieder da oben bei den Wicken beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Auf Wiedersehen.